Big FM Star Call Dein Promi ruft an Und du sagst das Ist du Ross Anthony? Ja, ist klar Doch, ist klar Wie kommt das, dass du bei mir anrufst? Weil ich habe eine tolle Nachbarin und sie heißt Avelin Vitekchen Sie hört Big FM immer die ganze Zeit und hat gesagt Ey, da gibt's nur eine Big FM Star Call im Moment bitte ruf dann an und dann vielleicht gewinne ich mit ein bisschen Glück 1000 Euro Und dann ist das